Guten Tag, schlaues zum Wochenende. Heute mal ein paar Worte zum Thema Reaktionszeit, auch aus aktuellem Anlass, weil ich da gerade positive Erfahrungen mitgemacht habe. Es gibt aber auch eine Kehrseite. Menschen, die sofort oder schnell reagieren, sind nicht verzweifelt. Menschen, die für dich da sind, haben nicht zwangsläufig immer frei oder sind arbeitslos, haben keinen Job oder irgendwas. Sie verstehen einfach, wie es ist, im schlimmsten Fall alleingelassen zu werden oder ignoriert zu werden. Sie mögen dich, sie lieben dich vielleicht sogar, respektieren dich und haben dich zu einer ihrer Prioritäten gemacht. Das solltest du niemals als selbstverständlich ansehen. Das ist eine ganz tolle Tugend. Für mich gilt das übrigens auch privat, sowohl als auch geschäftlich, weil Effizienz im Job und im Privatleben führen einfach dazu, dass du in kürzester Zeit deine Dinge erledigt bekommst und das reduziert natürlich dementsprechend auch Stress und du bist insgesamt zufriedener. Darüber hinaus kommt der Einsatz der Technologie, also automatisierte Tools, künstliche Intelligenz und so weiter. Das wird bei Effizienz im Privat, sowohl als auch im beruflichen Leben viel mehr Gewicht haben, als wir uns derzeit alle vorstellen können. Und das wird hoffentlich in Zukunft dazu führen, dass wir alle entspannter werden, so Star Trek mäßig, hoffe ich mal. Also seid lieb zueinander, es ist nämlich ganz einfach, kein Arschloch zu sein. Ciao. Vielen Dank.